einen wunderschönen da bin ich mal wieder euer odin und ich grüße euch zum hardware check der kopfhörer ich zeige euch die noch mal das sind die 840 von andersrum so menschen ist ja wieder von ultrasone links rechts haben wir ja so ich habe mir mal ein paar lieder zurecht gepackt die seht ihr da 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 um also das katze da drüber auch menschen habe ich mal den vlc player rein gemacht ein paar lieder sind auch drin ich werde euch gerade dann auch sagen welche lieder ich gerade höre ich werde mir auch mal die uhr stellen die stoppuhr damit wir hier nicht über die zehn oder nicht so weit über die zehn minuten hinaus schießen da stoppuhr starten wir mal das ganze anfangen werden wir jetzt mit truppers und zwar ich hasse dich heißt das lied der sänger von truppers der atze der hat auch eine sehr kraftvolle fast martialische stimme will ich sagen ja die stimme ist sehr präsent aber nicht so präsent dass die musik untergeht man hört die musik richtig gut durch die bessel sind richtig kraftvoll die anderen instrumente auch alle sehr klangvoll nicht dass da irgendwann unter geht oder irgendwas dergleichen so jetzt haben wir hier rabenschrei das ist neu heiden musik also wir haben auch ein album neue heiden da habe ich auch ein lied drinnen das ist jetzt gerade mit flöte selbst diese flöte hört man richtig gut raus also ich finde sie sehr gut jetzt spulen wir mal ein bisschen hört sich sehr gut an mal der nächste deutsche front der sänger von deutsche front hat auch ein sehr kraftvolles organ rabenschrei war jetzt ja nicht so kraftvoll von der vom organ her aber er hat eine kräftige stimme und das war jetzt sehr angenehm zu hören also die musik die stimme alles schön abgemischt hat sich über die kopfhörer echt gut angehört der hat auch wieder sehr kraftvoll das ist deutsche front mit musik ist mein leben so heißt das album das ist deutsche front mit dem album mountain monument aber halt die bonus cd wo jetzt hier gerade du hast den farbfilm vergessen die original version von nina hagen drin ist ist sehr gut also die hört sich sehr gut abgemischt an so jetzt kommt hafen und herz müsste sein ja hafen und herz das ist ein bisschen was ruhiger und da ist die stimme auch hat einen ruhigeren tonfall auch das kommt sehr gut rüber so ein broilers mit harter weg ich mach das mal größer für euch also saxofon hört man sehr gut raus also man hört auch das saxofon richtig gut durch das ist jetzt störte priester augen auf von der cd kein leben auf knien das ist leider so kleine cover da kommt seine stimme auch sehr kräftig durch so das ist jetzt rabenschrei mit dem album neue heiden die hatte ich mir mal erholt 2010 2005 nee 2010 war das nicht na keine ahnung bei Luthers Hochzeit also das ist so ein Fest in Wittenberg also Lutherstadt Wittenberg und das Lied heißt Dreckstück und das ist das Lied heißt Dreckstück die Musik ist er singt da ich mach mal den Refrain der ist ein bisschen teilweise ein bisschen schneller okay so das ist jetzt Trupas Toxpack mit dem mit dem Album Kultus nee Bastarde von morgen und das Lied ist Bastarde von morgen auch Kultus Interruptus hab ich hier ohne drin weil der hat eine richtig kräftige Stimme da hatte ich bei einigen Kopfhörern wenn ich das gehört habe so ein wenn er gesungen hat dann schon ist hier jetzt absolut gar nicht das ist eher so der hat so eine kräftige Stimme das ist aber teilweise in Brüllen also in lautet Reden lautet sehr ich kann es schlecht beschreiben Leute müsst ihr mal gucken gibt mal ein Toxpack bei Google und Bastarde von morgen so jetzt nochmal Störte Priester mit welchem Album waren das das Album das Album weiß ich jetzt nicht genau aber das Lied ist Feuerschnaps Benzin weil da hört sich die Stimme mal von Mike also der Sänger von Störte Priester äh ist die nicht so kraftvoll wie ähm also so wie bei seinem aktuellen Album hier ist er eher etwas ruhiger abgemischt machen wir mal weiter so jetzt hier nochmal Toxpacks mit Kultus Interruptus da singt auch Atze mit von äh von von Troopers und äh Köpke von Metzin Metzin macht so Psycho Billy der singt hier deutsch weil der singt sonst immer nur englisch jetzt ist gerade Atze dran der gerade sagt und ab und gleich singt da halt das wie die Vandalen fallen wie ein da bin ich mal spannend wie die drüber kommt weil der hat ja auch diese Stimme ja kommt gut rüber extrem geil das ist jetzt Köpke von Metzin so was habe ich hier Dropkick Murphys habe ich hier noch drin ja Dropkick Murphys weiß ich jetzt nicht welche Musikdurrichtung ist also so Faulk würde ich jetzt sagen keine Ahnung Ah nochmal Rabenschrei mit wie heißt das Lied Donnerhall Donnerhall heißt das Lied auch geil das Lied kann ich euch mal nur empfehlen sucht mal das Lied Rabenschrei mit Donnerhall ne Quatsch Donnerhall ist das Album ähm Hey wir sind Heiden heißt das Lied so jetzt nochmal Truppers mit äh respektlos scheiße und jung der Arzt hat so eine den hört er bestimmt auch über über das Mikrofon weil der hat so ein kraftvolles Organ so jetzt habe ich mal so ein paar Lieder durchgehört also äh der Klang von den Kopfhörern ist wirklich erste Sahne ich habe auch äh vorhin schon mal andere Musik gehört äh 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 Sandiano hatte ich drinnen und so äh Sandiano ist ja dann wirklich was sehr ruhiges ähm für meine Verhältnisse jedenfalls äh Onkels habe ich auch darüber gehört und so ähm die Stimmen kommen wirklich sehr präsent rüber und bei den Bands wie jetzt äh Talkspark äh 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 oder 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 Troopers wo der Sänger sowieso schon eine extrem kräftige Stimme hat kommt richtig schön rüber richtig schön kraftvoll mit Elan man die Musik hört man man hört teilweise wenn man hinhört man hört jedes einzelne Instrument gut raus wenn man das möchte es ist alles sehr gut aufeinander abgestimmt äh äh bei Boilers ja zum Beispiel das Saxophon haste war sehr präsent aber halt nicht zu präsent damit die Stimme untergeht oder so nein sie war präsent aber alles gut abgewogen also richtig genial gemacht muss ich sagen also wirklich äh wenn ich jetzt andere Kopfhörer ja Lucky ist ja gut andere Kopfhörer sehe die ich bis jetzt so getestet hatte oder die ich mir mal gekauft hatte oder so die äh an sich auch einen guten Klang hatten bei einigen Liedern äh die ich jetzt höre ähm ja da sind war dann schon leicht so in Schnaren zu hören weil das dann schon ja weil die meisten die äh wie sagt mein Schatz immer äh die brüllen die singen nicht die brüllen und würde ich jetzt nicht so sagen aber sie haben halt ein kräftiges Organ und sie singen sehr kraftvoll würde ich jetzt sagen ich würde es jetzt nicht als brüllen bezeichnen äh und das finde ich halt wieder sehr geil und die kommen mit den Kopfhörern richtig geil rüber aber auch ruhige Musik ich habe auch schon YouTube darüber gehört und alle drum und dran äh äh ich bin sehr zufrieden ich hab's auch bin hab der Ted-Set auch die Kopfhörer auch benutzt wo ich meine Videos geschnitten hatte also die zur Kamera und die ersten beiden Videos hierzu jetzt das noch machen und dann hochladen damit ihr da wieder neue Futter habt ihr werdet diese Kopfhörer jetzt auf jeden Fall öfters sehen äh auch im nächsten Hangout wenn jetzt wieder äh äh wenn zu viele mit bei sind oder mehr mit bei sind äh und der eine oder andere hat dann halt natürlich keine Kopfhörer auf und mein Mikrofon ist ein gutes filtert schon viel raus aber ab und zu kommt da immer noch was drüber und hiermit habe ich keine Probleme da kriegt mein Mikrofon dann nichts davon mit dass der eine oder andere dann mal ein bisschen lauter ist oder irgendwelche Rückkopplungen sind und dadurch hoffe ich dass ich dann die Qualität der Hangouts noch mal ein bisschen steigern kann für euch ja ich sehe dich ja ja das ist mein Kater gerade der hier holt den hört ihr bestimmt auch so dann würde ich jetzt hier für den ersten Hardware-Check erstmal Schluss machen ich werde auf jeden Fall noch ein Hardware-Check machen wenn ich die jetzt eine Weile getestet habe und werde euch dann kundtun können was ja ob mir irgendwas negativ aufgefallen ist ob mir was positiv aufgefallen ist zusätzlich noch ob irgendwas negativ ist was unbedingt erwähnt werden muss oder so positiv dass es unbedingt nochmal erwähnt werden muss da werde ich euch natürlich auf den Laufenden halten wenn ihr Fragen habt einfach in die Kommentare posten über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich freuen wenn euch das Video gefallen hat hier irgendwo wird auch noch ein Abonnier-Button gleich jetzt auftauchen und 3, 4, 2, 3 Videos die vielleicht interessant für euch sind oder sind schon vorher gekommen je nachdem wie ich es bearbeiten kann ja und wie gesagt Daumen hoch würde ich mich sehr freuen wenn ihr dann noch Fragen habt alle in den Kommentaren unten bis dahin bin ich erstmal weg Ahoi sagt euer Odin